Die jüngste Stadt im Rhein-Erft-Kreis ist Elstorf, eine ehemals ländliche Gemeinde mit einem guten Dutzend Ortsteilen. Im Jahr 1794 wurde Elstorf von französischen Truppen besetzt und später dem Königreich Preußen zugeschlagen. Die Stadtrechte erhielt Elstorf im Jahr 2011. Nachdem Mitte des 19. Jahrhunderts die Geschäftsleute Emil Pfeiffer und Eugen Langen in Elstorf eine Zuckerfabrik errichtet hatten, war im Bereich der Landwirtschaft der Zuckerrümenanbau die zentrale Erwerbsquelle der Elstorfer Bevölkerung. Große Teile von Elstorf liegen am unmittelbaren Rand vom Tagebau Hambach und ist damit die Stadt im Rhein-Erft-Kreis, die derzeit noch am stärksten vom Braunkohletagebau betroffen ist. Die Ortsteile Etzweiler, Taneck und die Siedlung Gesolei wurden umgesiedelt. Der Umsiedlungsort ist Neu-Etzweiler. Vom sogenannten Strukturwandel, über den speziell im Rhein-Erft-Kreis seit vielen Jahren heftig diskutiert wird, ist Elstorf in doppelter Hinsicht betroffen. Sowohl der Zuckerrübenanbau als auch der Braunkohleabbau, die den Menschen über Jahrzehnte hinweg eine solide Erwerbsquelle geboten hatten, werden genau das in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr leisten können. Die sehenswerte, denkmalgeschützte Hofkapelle von Gut Brockendorf wurde Anfang des 12. Jahrhunderts zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Zu dieser Zeit gehörte der gesamte Komplex zur Abtei St. Pantaleon in Köln. Über Jahrhunderte hinweg wurde die Kapelle mehrfach durch kriegerische Auseinandersetzungen zerstört, jedoch immer wieder aufgebaut. Musik 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 Musik